Weiterhin gibt es die Plastikhütchen. Das sind die Plastikhütchen, die auch W-Hütchen genannt werden. Sie haben hier oben wie eine Blume oder eine Rose oder ein W. Auf diesen W-Hütchen, sowohl auf den kleinen, kann man Stangen ablegen und sie bleiben sicher drin liegen und fallen nicht gleich bei der kleinsten Berührung heraus. Hier kann man Bälle drüber spielen, man kann selber drüber springen, Skippings machen, was auch immer. Soll das etwas höher sein, gibt es hierfür diese, die sind etwas höher. Genauso das W, auch hier geht es nicht so schnell raus, bleibt drin liegen. Allerdings muss man sagen, die sind insgesamt stabil. Also für ein Bambini ist es nicht so schön, wenn das da drauf fällt. Bei den Größeren sind die okay, bei den Erwachsenen sind die okay zum Drauffallen. Ja, sie sind biegsam, aber sind etwas fester. Man kann auch Bälle darauf legen, auch die halten sofort. Das geht mit diesen Hütchen sehr gut.